Mit was für Leuten haben wir es hier zu tun? Eine Tätergruppe mit ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten. Jutta, ich brauche eine Theorie. Wieso öffnen Sie den Fallschirm nicht über dem Dschungel und flüchten wie normale Menschen? Nun, ich denke, Sie sind keine normalen Menschen, Sir. Ich glaube, die Täter, die wir suchen, sind Extremsportler, so wie ich. Ihr Ziel ist es, die internationalen Finanzmärkte zu zerstören. Und es ist Ihnen egal, wer dabei drauf geht. Hi, ich bin Baudi. Da unten liegen ein paar Milliarden in Gold. Wollt ihr es stehlen? Nein, wir wollen es befreien. Ach, ihr seid jetzt Brüder. Zeig mir, auf welcher Seite du stehst. Geniale Verbrecher? Oder einfach Kids, die immer weiter feiern wollen? Wir werden sie kriegen. Aber ich brauche mehr Zeit. Baudi, weißt du, wie viele Menschen du getötet hast? Wie viele Gesetze du gebrochen hast? Das einzig wahre Gesetz ist die Schwerkraft. Nein! cared, Underground. Baudi, Là actuell auf die isnnieben! Stabil, johret, der ein Mann war esオh! Mach! astik.